Liebe Kunstfreunde, wir sehen hier jetzt ein kleines Wikingerdorf. Sehr schön gemacht finde ich, also handwerklich tipptopp. Alles geschnitzt und gesägt, selbst das Parkett, herrlich. Man kann da auch reingehen in die einzelnen Häuser, aber da kann man jetzt mit der Kamera nicht so viel sehen, weil das so dunkel ist. Na ja, da sind so Handwerksgeräte drin und all so Zeug. Das ist ein kleines Wachstum. Das ist ein kleines Wachstum. das haben sie schön gemacht hier ich muss schon sagen also ich empfehle jedem fahrt mal hierher auch ich sehe da auch schon einen runenstein stehen ich werde noch zum wikinger tatsächlich das bestimmt echt und eine wikinger frau sehe ich auch da ist